Blavand, das bedeutet blaues Wasser und viel Sand. Das milde Küstenklima, der tiefblaue Himmel und manchmal ein paar Wolken laden ein zum Drachensteigen oder langen Spaziergängen an endlosen Stränden, so weit die Füße tragen. Die sauberen Strände bieten Platz für alle. Zum Burgen bauen, Sonnenbaden, Lesen oder einfach nur zum Schwimmen und Windsurfen. Blavand bietet Natur pur und ganz viel Erholung. Hier pustet die frische Luft den Kopf bestimmt frei. Direkt hinter dem Strand, eingekuschelt in eine große Dünenlandschaft, findet man kleine, große, gemütliche, rustikale oder moderne Häuser aus Holz oder Backstein für jeden Geschmack. Viele der Ferienhäuser sind mit Reet gedeckt und fügen sich so perfekt in die Landschaft ein. Ein idealer Platz, um die Seele baumeln zu lassen. Auf einem großen Grundstück und mit viel Raum zum nächsten Nachbarn. Bei uns sind Sie garantiert an der richtigen Adresse. Und wenn das Wetter mal nicht zum Strandspaziergang einlädt, dann garantiert zu einem kleinen Shoppingtag in Blavand. Mit Lebensmittelläden, Galerien für Schmuck und Kunst, einem Fahrradverleih, Spielplätzen und einem Kinderkarussell, dem berühmten dänischen Eis oder einem Snack zwischendurch lässt sich hier die Zeit vertrödeln. Kurz auftanken mit herkömmlichen Rohstoffen oder alternativen Energien und weiter geht's im Kleidershoppingrausch. Zum Nachtisch ein paar leckere Backwaren oder etwas typisch Dänisches, ein Hotdog. Und wenn das nicht ausreicht, gibt es frischen oder geräucherten Fisch und dazu ein kühles Pilz.